Hallo meine Pizza-Freunde und herzlich willkommen zu einem Video. Wie ihr seht, ich bin mal wieder nicht alleine, sondern heute ist der Cuties LP und der Bionizer 2 dabei. Hi! Einen wunderschönen. Okay. Und so, heute spielen wir mal Master Builders. Master Builders, wir sind auf Hypixel schon wieder auf der Sack vor der Aufnahme. Build Battle, mein Gott, ich bin schlau. Ich bin schlau, aber schlau. Ich bin dumm, aber schlau. Ist das ein neuer Zorn? Dumme Pizza? Keine Ahnung. Spielartoff, Katapult, Vogel. Ich bin für Vogel. Wo ist ein Vogel? Ganz unten. Ich bin für Vogel. Ich kann gar nix bauen, ne? Vogel! Och, nein. So ne dumme Pizza stelle ich mir mal hin. Muss ich nachbauen. Nö. Oh, ne. Ich hoffe du und Pizza ist wenigstens von mir Nachbar. Nee. Hi, Cuties LP. Kann ich's beobachten? Nein, bist du mein Nachbar? Jo. Wo bist du? Andere Seite, hä? So. Kann ich beobachten. Hm. Immer dieses Stalker. Hahaha. Aber bei uns, also bei mir brauchst du nicht gucken, meins ist schlecht. Die haben ja dieser falsche Charme oder wie sich das nennt. Ich hoffe der Vogel wird nicht übergroß. So, ich brauch Wolle. Hat die noch nicht angefangen oder wie? Ich bin doch sicher. Okay. Heiß nicht wie Melissa? Weiß ich doch nicht. Hahaha. So, und wenn ich grad eh hier nix zu tun habe bzw. nix zu labern habe, schaut doch gerne beim Cuties LP vorbei und beim lieben Björn all sein zwei. Also bei mir. Ja. Ich weiß nicht. Und... Darf ich auch mal zu Wort kommen? Natürlich. Ich heiße Marvel. Ne, du heißest Marvel. Und du weißt... Und du bist... Du und bist ne Pizza. Ach ne. Was, eine... Blöde Pizza. Also... Also... Für meinen Kanal, wenn ihr Fragen habt oder für die anderen beiden würde ich mal sagen... Dann... Schreibt sie einfach in die Kommentare. Oder? Du machst ja Werbung für deinen Kanal. Was? Ist ja nicht so, dass ich schon ein Video aufnehme. Muss auch sein. Ihr könnt ja auch Werbung für eure Kanäle in meinem Video machen. Echt? Wirklich? Jo. Jo. Junge hat das für einen fetten Arsch. Ey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, was ich hier baue. Sieht zwar aus wie ein LKW, aber... Guck mal. Guck mal das an. Alles klar. Ich bin so gespannt, wie deins aussieht, ey. Wie cool aus, gell? Keine Sorge, ich geb dir legendär. Ist mir egal, wie es aussieht. Das nenn ich ja mal super. Alter, das, was ich hier baue, ist ein Pferd. Ein Pferd? Ich dachte nur, das ist so, wo die Vogel bauen. Irgendwie doch nicht. Alter, was ist das? Das ist doch niemals ein Vogel. Danke. Du müsstest dich damit auskennen, du hast doch... Du hattest doch mal drei. Sie hat nen Vogel. Danke. Du hattest doch drei und jetzt hast du nur noch zwei. Ich weiß. Überleg mal warum. Ich antworte darauf nicht. Oho, die Pizza ist beleidigt. Sei ruhig. Wow, eigentlich ein Rabe. Das sieht aber eher aus wie ne Strohbeinpresse. Oder wie irgend so... Ich weiß nicht, wie ich's bezeichnen soll. Das sieht gar nicht so schlecht aus, was ich hier grad verbau. Ich will mich ja jetzt grad nicht selbst loben, aber... Alter! Das sieht schon gut aus. Okay. Ich will mich zwar nicht selbst loben, aber alter, das sieht schlecht aus von mir. Das kann man nicht zu Boden nehmen. Ich nehm einfach Blätter. Ja. Das nehmt ihr. Ich hab Rasen. Oh scheiß, nur acht Sekunden. Willi, wo bist du? So, ich bin fertig. Ich auch. Ach, das sieht so niedlich aus. Ich hoff, das sieht irgendwie... Angry Birds. Oh, aber wirklich. Ich geb ihm okay. Der ist gebaut. Oh Gott. Er hat denn so'n scheiß Baum irgendwie gepflanzt. Ey, wo ist denn nieder Vogel? Oben drauf. Auch okay. Sieht eigentlich voll lustig aus wie ich's guckt, ey. Oh, da ist... Legendär! Ist okay! Ich geb auch n' okay. Ich wusste gar nicht, dass ein Vogel nur ein Auge hat. Ähm... Das ist ein Brache. Sorry, aber ich muss Kacke geben, ey. Kacke. Hä, das sieht... Das sieht nicht aus. Das war eins! Legendär! Ich weiß zwar nicht, wo der Vogel ist. Ah! Ist das denn 70? Ich? Keine Ahnung. Irgend'n roter Vogel. Legend! Oh! OMG! Was ist das denn? Warum stand er jetzt bei dir legendär? Ich hasse Pixel Art, deswegen Kacke. Sorry. Legendär, wahrscheinlich haben alle legendär gegeben. Dann gewinnst du ja. Ähm, was ist das? Sorry, aber ich muss gar nicht nehmen, weil... Das sieht doch gar nicht... Ich wusste gar nicht, dass ein Vogel Holzbeine hat. Ja, ich hab mir grad so gedacht. Das sieht aus wie ein... Wie ihr jetzt zwar nix sagen, aber... Das sieht... Das sieht... Das ist eins. Legendär, legendär, legendär! Ich geb' mal okay. Was? Ich geb' mal okay. Sie gibt nur n' le... Sie gibt nur n' okay oder n' gut, weil sie legendär haben will. Das ist ne verdammte... Ey, ich hab dir auch immer legendär gegeben. Ja, ja, ja. OMG! Ja. Ja, Freunde, das war's hiermit auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch n' Daubchen nach oben da. Lasst n' Abo da bei den Zweien und bei mir. Und... Ja. Bis dahin. Irgendwann. Ja. 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 Ja.